Sie waren doch dabei bei meinem ersten Abenteuer in den Tropen. Es gibt einen zweiten Teil. Ich werde mich wieder hinausbegeben in die Welt. Heute ohne Schutz. Heute ohne Gewehr. Und heute werde ich da draußen bleiben. Ich möchte eine neue Spezies entdecken. Und deshalb muss ich tun, was ich tun muss. Ich kenne den Wald noch zu gut. Wie beim letzten Mal. All die Witzschweine. Alles gesträucht vom letzten Mal. Was ist Feuer der Einkommens? Ich kenne es. Über die nicht vorhandene Westenverscheidung. Heute machen wir es nach Dortmund vor. Uns ungewisser. Es ist dunkel. Jetzt sind wir eine Tockel an. Ich dachte, dass es nicht so groß ist. Eine Hyroglyph-Tapel. Mehr als muss sie schon sein. Sie muss. Schon tausend. Was ist das? Bisher habe ich noch nie gesehen. Lass uns noch einmal versuchen. Irsch, Irsch. Irsch, Irsch. Was ist das Irsch? Ich hab schon davon gehört. Ein König, Irsch. Aber ich werde das Irrsch jetzt in seine gewohnten Umgebung zurücklassen und weitergehen. Irrsch, 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 Irrsch. Irrsch, 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 Irrsch Wir werden nicht wegen der Verplatzungstriebe. Wir werden die Ehrs-Müheißen gehen. Es ist ein Kreis-Ehrs-Müheißen. Untertitelung. BR 2018